Das ist das Lied als Liedermacherin und es heißt Der Kapitän. Da wird ein großer Preis verlieren in dem Festsaal unserer Stadt. Alle waren dort versammelt, alles was Rang und Namen hat. Es wurde ein Preis dort nun verlieren an einem großen Kapitän. Er hatte Flüchtlinge gerettet und musste vor Gericht dafür stehen. Alle waren gut geklebt, klatschten glücklich in die Hände. Viele sprachen große Worte, vor Zuspruch bebten schon die Wände. Dann kam der Mann, der hochgepriesen, alle wurden plötzlich still. Er sprach betroffen ein paar Worte, das sei ihm alles viel zu viel. Was denn das für eine Welt sein, in der man einen Preis erhält. Und gleichzeitig vor Gericht steht, für das Normalste auf der Welt. Ich sah Männer, die ertrunken wären und nahm sie zu mir auf den Kran. Für die Regierung war das Illegale, ich denke, dass es Menschen war. Die Leute schauten sich verwundert an und machten alle ein Gesicht. Der Moderator fragte sehr verdurst, ja, aber freuen sie sich denn nicht? Der Kapitän sprach, nein, ich freu mich nicht, wenn täglich Hunderte ertrinken. Verzeihen sie, aber da kann ich doch nicht hier stehen und freundlich denken. Das war die Geschichte vom kleinen Kapitän. Hast du sowas schon gehört, hast du sowas schon gesehen?